hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge die zwerge ja was haben heute vor wir haben hier letzte woche erfahren dass der blinde wächter immer noch da sitzt und dass ein fest gestartet werden muss um dass er uns durchlässt und wir probieren jetzt herauszufinden wo wir die sachen wie an den vorherigen abenden sitzt da frage abseits von den anderen doch heute nacht winkt er dich zu sich smeralda meine schwester du willst wissen was geschehen ist nicht wahr du nix und setzt sich sie folgte boendil in den kampf wir versuchten es hier auszureden aber sie ließ sich von anderen so wenig beeinflussen wie ein berg dann kam der tag die hohe pforte wurde angegriffen bavragor trinkt von seinem brandwein er hat sie erschlagen vom kampfrausch geblendet hielt er sie für eines der ungeheuer ich kann ihm niemals vergeben er hat meine schwester getötet könntest du unweigerlich erinnerst du dich an den verlust von lot ionan frala und deinen patenkindern ihr bleibt schweigend sitzen jeder tief in seinen gedanken boendal tritt an euch heran der euch entweder gehört hat oder ahnt worüber ihr sprach seine heiße lebens esse ist ein fluch er dachte die orks hätten ihm seine liebe geraubt und der ingrimsch kam über ihn manchmal ruft er ihren namen in seinen träumen er wurde es nie zugeben aber er leidet wie bavragor auch er hat sie geliebt als der steinmetz nicht reagiert gehen du und boendal zurück zu den anderen ans feuer die zwerge wieder hat er seine liebe aus versehen erschlagen so gucken ob wir hier was erfahren die größe der felder und gehöfte nimmt zu je mehr ihr euch wir ans jenes ist der alten grenzstadt im norden nähert die alte stadtmauer ist für die heutige siedlung viel zu klein überall schmiegen sich kleine hütten und hier und da selbst prächtige anwesen von außen an die mauer irgendwo in der südmauer müsste sich das haus befinden auf das hinsen uns hingewiesen hat wir brauchen die glocke wenn wir den weg durch die berge öffnen wollen geht zum großarchiv wir gehen zum haus hier folgt den straßen zu einem umsäumten anwesen an der südmauer der gepflasterte weg zur eingangstür ist gesäumt von hortensiensträuchern du klopf sagte an die tür und nach einem moment wird sie von einem dicklichen mann in teuren kleidern geöffnet der mann wirft nur einen flüchtigen blick auf dich wir wollen nichts kaufen er will die tür wieder schließen ohne eine antwort von dir abzuwarten und ich hab gehört sie haben eine seltene glocke wartet ihr habt eine seltene glocke feuerfresser nicht wahr der mann hält inne feuerfresser woher er seinen satz beenden kann drängt sich eine rothaarige frau an ihm vorbei sie trägt ähnlich teure kleidung und ist stark geschminkt nach einem strengen blick von ihr verschwindet der mann im haus ihre blaugrünen augen mustern dich woher weißt du davon kleiner ich habe es von jemandem in der stadt gehört in der stadt die stadt deren tore für jedermann verschlossen sind natürlich das glaube ich dir sofort scher dich zu tieren unterirdischer und komm nicht wieder bevor du etwas erwidern kannst wird dir die tür vor der nase zugeschlagen du gehst zurück zum rest der gruppe sieht nicht aus als wäre es gut gelaufen soll ich vielleicht mein glück versuchen tun will ich kann sehr überzeugend sein mit eleganten schritten folgt rodario dem von hortensiensträuchern gesäumten weg zur eingangstür er klopft schwungvoll an und wenig später wird die tür von der rothaarigen frau geöffnet als sie rodario sieht hellen sich ihre züge auf sie öffnet die tür ganz und macht einen zaghaften schritt nach vorn was kann ich für sie tun sind sie ein sänger schauspieler oder lautenspieler der name ist rodario holdemait begnadet der schausteller mime und dramatiker zu euren diensten in vollendeter eleganz zieht sich rodario den hut vom kopf und verbeugt sich wundervolle hibiscus sträucher habt ihr da mir sind eure wundervollen rosenbüsche aufgefallen ihr habt einen exquisiten geschmack es sind hortensiensträucher die frau dreht sich um will zurück ins haus ja wir hätten doch hortensien sagen sollen ich werde eure blaugrünen augen nie vergessen können solange ich lebe es folgt ein lächeln dann ein blick aus den tatsächlich blaugrünen augen sie sie haben eine geschickte zunge und eine lege liebe für details wie es mir scheint wer eure schönheit nicht bemerkt müsste mit geschlossenen augen durchs leben gehen was meine zunge angeht oh herr rodario wie wäre es mit einer privatvorstellung eurer künste geübt legt rodario eine hand um die taille der frau und verschwindet mit ihr ins innere des hauses ganz zu euren diensten meine liebste nach einer stunde kommt rodario mit einem breiten grinsen auf dem gesicht und der glocke in einem beutel aus dem haus eine glocke wie bestellt außer der wirten armora hat noch keine frau meinen süßen worten widerstanden geschweige denn meinen händen wenn schon gut schon gut du merkst wie dir das blut in die wangen schießt als du dir vorstellst was rodario getan hat der kleine schmeichler der so leute da bin ich wieder ich musste alle kurzen cut machen weil ich angerufen wurde aber jetzt machen wir direkt weiter so die glocke haben wir und jetzt müssen wir die orcs verfolgen ich gehe davon aus dass das die sind weil sonst ist hier eigentlich kein orc in der nähe zack dann machen wir hier mal direkt runter mitten auf dem weg vor euch erkennt ihr einen umgestürzten wagen aber weder zug tier noch besitzer sind in sicht hier nähert euch vorsichtig doch auch von nahem könnt ihr nichts erkennen außer dass in der seite des wagens einige pfeile stecken vielleicht sollten wir bevor du den satz beenden kannst erklingt der schrei einer frau aus dem nahen wald alte frau stimmst du mir zur hilfe schicken vor um die lade auszukundschaft nah leicht die frau retten ohne lange nachzudenken stürmt ihr los in richtung der schreie nach einem kurzen sprint durch den wald kommt ihr auf eine kleine lichtung in dessen mitte sieht eine frau in einem einfachen bauernkleid die von zwei bewaffneten männern bedroht wird selbstbewusst trittst du vor hey sofort drehen sich die beiden männer um auch die frau steht auf und zieht selbst eine waffe drei schwerter sind auf euch gerichtet und namora hat weitere schlechte nachrichten für dich bogenschützen in den bäumen sie haben auf uns angelegt hey ja mit eurem proviant und eurem gold auch wir haben gar kein proviant wir sind kampferprobte zwerg und haben hunderte von orks getötet wollt ihr sehen was boendil hier mit seinen beilen anstellen kann deine worte scheinen die räuber komplett aus dem konzept gebracht zu haben die frau antwortet für sie du machst uns keine angst unterirdischer du gibst rodario an zeichen er nickt bringt sich in position und lässt dann eine stichflamme aus einem flammenwerfer in richtung der räuber los ohne ein weiteres wort zu verlieren nehmen die räuber die beine in die hand und laufen in den wald sollen wir sie verfolgen nein lasst sie gehen wir haben keine zeit uns mit ihnen abzugeben so wo ist denn die orko da unten wie noch gar kein proviant mehr leute wir müssen echt mal was kaufen so dir steigt der mittlerweile nur allzu bekannte gestank von teig und fett in die nase du weißt was das bedeutet oink 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 kleine schweinchen oink oink kleine schweinchen oink 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 und jetzt haben neue attacken hahaha wir werden sie nie da metzeln werden also ja nehmen wir die zwerge wieder so gehen wir mal ihnen oh ne ihnen gehen wir den trank und starten in den kampf so die muss ich also wirklich zuweisen so dann kommt mal her hier dann dann nein entschuldigung wohin das wollte ich nicht das hatte ich nicht vor euch machen als erstes fertig dann kommt mal ran hier weiter wohin da du kannst die weg du kannst das machen du kannst das machen kleine schweinchen ja das ist pech für dich ein ende so wie erledigt 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 zuerst mal bevor wir weitergehen oder die ganze zeit so wo es wäre du bist du sie ist erst mal okay das auch nicht auch doof du hast erstmal nur so ein bist du wohl in dir du kannst die arme umhauen du darfst links los machen und du darfst auch dahin hauen das ist und weiter sehr gerne was denn und du hast ihn noch mal was ist ich mich nicht tätig erledigt so nein ich mache das du brauchst einmal du musst und oink was ist so jetzt hauen wir erstmal den großen hier um zack 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 was ist du hier kommt ein ende ich habe gar nicht so recht kleines schweinchen kleine schweinchen erledigt so wollen wir dann du was ist du darfst auch einmal das war das handy so und du stehst auch neben denen du darfst und du darfst sowieso und jetzt ich mach dir noch mal fertig noch ja in ordnung bin unterwegs hier kommt ein ende sehr schön den nächsten so gut wie erledigt wo seid ihr denn er kommt in den 20 müssen wir erledigen das ist pech für dich er ist schon wieder hierzu auch mit seinen äxten und weiter hier sehr gerne was denn ja ja und jetzt machen wir jetzt mal ja noch mal so ein ringsumschlag du da was musst du denn noch da ok und weiter also los warum denn nicht er ist der nächste ist warum gewähr nichts persönliches warum hängt er nicht immerhin zurück der ist auch nicht der schnellste der kleine die kürzer fest zugeschlagen dann werden wir für frage drei müssen wir noch besiegen dann haben wir es auch geschafft verstanden angriff so einfach sofort da da einer ja geschafft während sich die anderen um ihre blessuren kümmern findest du eine braune gepflegte ledertasche du bist dir sicher dass die tasche keinem ort gehört und findest tatsächlich in ihrem inneren einen verzierten ochsen schädel das wird hensen freuen ihr seid einem weg durch die berge oder einer großen enttäuschung damit einen schritt näher das ist sehr schön und bisschen probieren ja gut ist echt nicht viel aber jetzt können wir wieder zurückreisen jetzt müssten wir eigentlich alles haben zack und die alte ruine wackensteins taucht vor euch auf ja wackenstein betreten und dann müssten wir eigentlich alles haben oder nein ich glaube es fehlt uns noch was aber sehen wir gleich das schädel steht so das schädel ich glaube den sollen wir nochmal anzünden hier können wir bestimmt die glocke hinhängen oh sag ich doch boah passt wie angegossen sie geht auch das ist sehr schön da haben wir das hensen meinte man müsse kräuter in einer schale verbrennen das hier ist wohl die erwähnte schale jetzt brauchen wir nur noch die kräuter die kräuter okay die habe ich ganz vergessen so den können wir auch schon mal vielleicht anzünden sehr schön das brennt auch vielleicht finden wir hier irgendwelche kräuter was ist das denn das muss hensens beutel mit den kräutern sein oh wir haben die kräuter gefunden weg gleich hinbringen so zeig mal gucken wir jetzt mal irgendwas haben wir nicht richtig gemacht ich frage hensen nochmal hensen hast du einen moment zeit hast du helga gefunden irgendwas müssen wir tun um das fest zu beginnen brauchen wir den ochsenschädel die feuerfresserglocke und die eisenkräuter richtig genau dann müssen wir den schädel entzünden die glocke klingen lassen und die kräuter verbrennen und dann okay du bist dir ziemlich sicher dass ihr eure zeit verschwendet ein riesiges fest mitten ok gib mir bescheid wenn ihr helga seht das müssen wir entzünden die glocke erklingen lassen und die kräuter anzünden jetzt bin ich gespannt auf den nebel und die gestalten folgt gewaltige musik die in dröhnenden wellen über euren köpfen zusammenschlägt die wucht der musik vernebelt deine sinne und dir ist als würde sich die statue des blinden wächters von ihrem thron erheben du willst deine gefährten darauf aufmerksam machen doch dann merkst du auf einmal dass du einen bierkrug in der hand hast unwillkürlich probierst du davon und stellst begeistert fest dass du seit ugertod kein so gutes starkbier mehr getrunken hast die nacht wird zu einem farbigen wirbel aus bier musik tanz und ekstase du erinnerst dich nicht mehr warum du hier bist oder mit wem du feierst für ein paar stunden vergisst du was war und was kommen wird du bist ganz im hier und jetzt du erwachst am nächsten morgen du liegst auf dem rücken und starrst in einen viel zu hellen himmel du drehst dich mühsam auf die seite und siehst deine gefährten um dich herum sonst niemanden die überreste einer wilden feier lagerfeuer zelte und bierkrüge sind noch da doch der zauber ist verflogen unter leisen flüchen erhebst du dich und versuchst den geschmack in deinem mund und die schmerzen in deinem kopf zu verdrängen zu deiner überraschung siehst du dass die steinerne figur des blinden wächters einen tunnel freigegeben hat der ins gebirge führt sehr schön leute haben wir es doch geschafft so aber ich würde sagen das reicht für heute nächste woche machen wir uns auf den weg zu den ersten ich danke euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat schaltet nächste woche wieder ein zu einer weiteren let's play folge die zwerge bis dahin tschüss